Hab ich jetzt grad das? Ich hab das Spiel verlangt! Nein! Ich hab Backface und gleich Radienter gedrückt! Legt da ein Rage-Committed! Das war knapp. Was ist das denn? Ihr seid runtergefallen! Ihr seid bei mir alle runtergefallen! Haha! Ich nehm die Ada wieder. Ich auch diesmal. Wir stehen bei mir alle auf der Straße unten. Nö, wir sind in der Luft und alle sind runtergeklatscht. Mein Auto ist in der Luft, aber ich bin auf der Straße. Grants fällt irgendwie die ganze Zeit keine Animation. Grants tefft alle. Wir stehen alle in der Luft. Ja, und die wirbeln halt der Hände hoch. So, bereit zum Spielen. Oh Gott. Du 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 du. Was ist das? Ist das ne Rampe grade aus? Moment, da stimmt was nicht. Links und rechts vorbei glaube ich. Fahr mal nicht Turbo. Oh, oh so. Müssen wir runter? Geil. Ich weiß es nicht. Ja, aber irgendwie schon. Ja, müssen wir. Geil. Ja, scheiße. Oh Gott. Was? Du musst auf der Rampe landen? Nein! Rant zu mieses Stück Arschloch! Was? Wir können uns nicht ran. Ich hab doch gar nichts gemacht. Echt? Mach mir die Luftgespräche da. Nein, das geht doch gar nicht. Wir können uns nicht berühren. Ich glaube, wenn ich jetzt schon nicht gerade falle. Ja, ich glaube ich bin nicht weit genug. Du hast selbst weggegangen. Nein! Du hast aber noch ein weiteres draufgegangen. Nein! Ich war doch! Ich war doch! Oh Gott, ey. Das ist ein hartes... Alter, danach kommt noch was hartes. Ja, das sind sieben Rampen sind das, die man schaffen muss. Oh Gott. Wobei, den nächsten kann man eigentlich im Vollgas nehmen einfach. Wir haben uns zwei noch gerade. Fuck you! Das... Wer baut denn so'n Mist, ey? Okay. Die Leute haben alle Cracken. Aber sowas ist doch voll cool. Ich weiß nicht was ihr habt. Ich finde sowas echt geil. Nein. Das wäre... Ja, aber... Ich bin jetzt einfach mit Vollgas geradeaus, bin dagegen geknallt und dann wieder zurück. Jetzt... 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 Ich dachte sowas ist eigentlich ganz cool. Ja, das ist doch cool. Ah, ich bin vorbeigefloggen! Schönheitsfehler. Wie... Kann man sein Auto auch gerade drehen? Ihhh... Also links und rechts? Weil ich kann nämlich nur so... Wolle! Nur vorne, hinten. Ja... Vorne, hinten, links und rechts. Das kannst du mit wehren. Ja, aber links und rechts heißt nicht nur vorder... Nur Schnauze nach rechts zum Beispiel. Ne, wenn schon dann deine komplette... Ja! Ah nein! Ihr seid auch schon alle hier! Wer ist erster? Oh shit! Wie habt ihr die erste... Wie habt ihr die erste Rampe geschafft? Ähm... Langsam runterfahren, weil sonst explizierst du. Wenn ich zu langsam fahr... Ähm... Komm ich gar nicht an. Ja! Ohhhh! Was? Das mit der Autor haben wir gesagt. Warum kann ich Sachse nicht angreifen? Weil... Weil... Man kann sich nicht angreifen! Achso! Deswegen sag ich ja, ich kann dich vorhin eigentlich gar nicht gerampfen. Ja, wahrscheinlich ist dein Auto explodiert dadurch... Aber meins auch! Das geht auch nicht! Ich bin noch gar nicht explodiert! Da stand Grants hat mich in die Luft gesprengt! Muss mich nicht einmal zurücksetzen auf diese Stelle! Wie soll das denn gehen? Ich schaff das nicht! Ich krieg die erste Rampe nicht hin! Oder ich bin auf Grants gelandet! Das kann natürlich auch sein! Man kann doch nicht aufeinander landen! Ich weiß nicht! Da stand Grants hat dir in die Luft gesprengt! Guckt ihr auf die Arme! Nein! Genau vorm Ziel muss ich mich neu setzen! Richtig schwach! Wird so gewesen sein, dass die Grenze explodiert ist und die wird dahinter und deswegen bist du überexpediert! Wobei da vorne bist du! Ich kann das nicht schaffen, glaub ich! Wenigstens seid ihr schon weiter! Ich werd die erste Rampe nicht schaffen! Versuch mal ein Ego bis zu viel... Ja und dann? Es hat... Ich lande immer nur... Kack! Mein Auto dreht sich in der Luft! Meinst du? Keine Ahnung! Ich kann nicht die Schnauze! Also ich kann's besser kontrollieren! Nein! Das ist doch... Ich hab doch grad gefragt! Anscheinend kann man das Hände nicht kontrollieren! Nur die Schnauze nach links und rechts zu bewegen! Du kannst dein Auto nach rechts und links drehen und du kannst dein Auto nach... Ja aber wir meinen glaube ich was anderes rechts und links! Also ich kann mein Auto nicht! Du kannst ihn nach rechts und links lenken! Ja und das heißt man muss ja glückmäßig da richtig landen! Hä? Ich hättest es geschafft wenn du das Ding nicht zur Explosion gebracht hast! Also der erste Sprung ist der schwerste! Nee der letzte finde ich das schwerste! Keine Ahnung ich will noch nicht achten! Den letzten schaffe ich nicht! Welches Auto hast du jetzt? Ränder! Einfach gerade aus! Versuch mal dabei Steuerung zu drücken! Ich hab ja einen anderen... Ein anderes Auto! Ich glaub mein Auto ist nicht schnell genug für den Sprung! Ja! Das waren jetzt aber die schweren Sachen! Aber jetzt ist Mut da raus! Beziehungsweise ein bisschen... Ich musste runterfahren oder alles! Ich hoffe das klappt immer noch was ich gemacht! Doch! Läuf! Läuf! Wunderbar! Ja! Geschafft! Eins! Ah schade! Was bin ich? Dritter! Scheiße! Okay das heißt ich werde auch die anderen Sprünge gar nicht mehr sehen oder? Da 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 da! Dalu verliert! Dalu verliert! Da 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 da! War noch einer 30 Meter und einer einfach nur von der Brücke rum! Und mich! Boah! So gut kam hier bestimmt keiner von euch durch! Ich kam ohne... Ich bin nirgends entgegengefahren bei dem Park! Du musst auch auf Ego-Pads mit Kick unterscheiden! Dann wird das riesig! Was machst du da Dalu? Da ist schon zufried! Da sind wir noch vorbei! Das Weg! Achso! Wieso soll ich denn sonst? Rechts rühren! Ich werde jetzt auch steigen können! Ja gut! Das kann sein dass Grenz da gelandet ist! Ja gut! Das kann sein dass Grenz da gelandet ist! Okay! Achso! Warte mal! Ne warte mal! Es gibt... Das Rollen war das nicht oder? Es gibt irgendjens mit Flugzeugen! Mit richtigen Airbusen! Das ist langweilig! Mit richtigen Airbusen! Geschwindigkeitsgefühl! Ich finde... Du musst mit den... Mit den Loom-Pad-Tasten! Ich finde auch wirklich, dass ich das Geschwindigkeitsgefühl finde ich fehlt! Also ich finde das... Bei dem Flugzeug? Ja! Es ist so langsam! Aber ich finde das ist auch wenn du in echt fliegst sieht das auch immer mega lahm aus! Ja! Ja aber... Wir spielen ja immer noch ein Spiel! Weißt was ich meine in der Hinsicht? Und da ist es halt wirklich lahm! Bei F-Zero warst du auch so schnell wie ein Flugzeug! Ja plus da bist du dann ja auch wirklich am Boden! Da bist du ja mega schnell dann! Du bist halt mega weit weg im Flugzeug! Deswegen kannst du das ja nicht schnell sein! Und dann... Du hast ja bestimmt so ausgewählt! Narben oder so! Du siehst ja immer so aus! Sieht nicht immer so aus! Das sind immer die gleichen Stellen! Normalerweise an denen die Narben kommen! Eigentlich sieht der nicht so aus! Ich glaube das könnte daran liegen, dass meine Stärkewerte so schwach sind! Das ist ein kleiner Milch-Bubi-Biss! Ne! Weil ich den eigentlich nach mir gebaut habe! Und ich bin selber nicht so ein ganzes Unstärkewerte! Aber du kannst doch nicht so aus! Ich muss doch eh kein Stärkewett auswählen! Ich habe alles bei GTA einfach nur auf Fahren gesetzt! Ja! Du kannst es auch in Stärkewissen müssen skillen! Ich habe es extra nicht gemacht! Ich bin bestimmt ein besserer Fahrer als ein Boston-Fahrer! Hast du die Strecke schon mal ansonsten gemacht? Ja! Ansonsten aber rückwärts! Nein! Wo kommt das Auto her?! Das sah heiß aus! Wow! Renz, du kennst die Strecke schon, du Lümmel! Wer? Wusstest du das? Der hat doch nach rechts gezeigt, der Pfeil! Oh, leg me doch! Oh, eine kleine Rampe! Ich bin 10 Meter in die Luft geflogen! Voll! Ich habe die Rampe gewonnen! Ja, jetzt reicht's! Könnt ihr mich auch mal gewinnen lassen? Na maaaal! Early haben wir doch vorhin auch gewinnen lassen! Ja, das stimmt eigentlich! Hat er schon mal gewonnen? Hat er doch noch nie gewonnen! Vorhin, oder? Wir haben Early nur mein Ziel kommen lassen! Ich war zweiter mal! Ja eben! Das stimmt! Er hatte grüffig mit erstes Ziel und dann war er doch noch zweiter! Oh! Ach, das ist eine Runde! Ach, hier war die Zombie-Apokalypse! Nein! Nein, das war woanders! Hier war das Rennen, was wir schon voll oft gemacht haben, nur andersrum! Mit Eve und so noch! Ehhhhhhhhhhhhhhhhh! Early, wieviel da bist du? Oh Gott, ich bin so schlecht! Daxi, wie viel da bist du? Bin doch, ja. Alles klar, dann ist das Early-Letzte. Ah, das ganze Viehzeug ja. Oh, da ist mir auch passiert. Wie viele Leute fahren denn jetzt auf einmal auf dem Highway? Oh, shit. Wow, da habe ich Lack gehabt, ey. Ich bin jetzt Hustler. Oh, ich bin jetzt Hustler. Du hast mir gerade angezeigt. Ich bin jetzt Hustler. Ja, du hast Traveler ab, oder? Ich hab mit Gangster Update gekriegt, ey. Das war wohl Anschlag, ey. Du willst mich doch umreißen. Ich bin vom Sohrrad geflogen. Oh, du willst mich abschießen. Mit mir selbst, oder was? Ja. 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 Ich wollte eine Closeline geben, ey. Oh Gott, der Highway kann alles ändern. Der Highway. Ich bin jetzt dreimal an dem Ast hängen geblieben. Ich bin dumm gefallen. Spring doch einfach mal nach links. Ich bin mal drin, ey. Nicht an der Rampel. Dreimal so wirklich hintereinander. Ja, solange ich vor Early bin, ist eigentlich alles in Ordnung. Leg mich! Da waren Sie. Oh Gott, geansprüche. Das sind keine Ansprüche. Ich schau Early zu. Ja, dann sieht man wenigstens noch am meisten vom Rennen. Warst du da schon mal? Nein! Oh! Er kann das noch beenden. Er schafft ja doch, er schafft also. Außer beschwert jetzt nochmal irgendwie an einem Baum oder so. Ich will jetzt hier laufen! Jetzt kommt einer. Geht nö, ich hab's okay. Geht ja. Geht auch noch mal kurz zu probieren, Leute. Early hat ein Rennen beendet. Eigentlich ist das mal ein Applaus. Early Ball, ey. Und Grants hat mal gewonnen. Ja, hier, dann guck mal hier. Der Hastler. Stand so mitten im Neuer Rang, sie sind jetzt Hastler, ey. Kriegen eigentlich den Rang nur schlafen? Hustlen-Flow, ey. Beste Rundenzeit, ey, Bobs. Nee, ich. Was sagst du denn ständig? Er setzt auf mich, Cash. Ja, so viel! Raus aus dem Kult. Ah, hier, hier, rechts. Nein, nein, raus aus dem Kult. Das sieht viel geiler aus, hier. Sandige Zeiten. Sandige Zeiten. Wo sind die denn? Da, mit so einem Truck alle. Dass wir so einen Truck hätten machen, wo jeder einen Truck nehmen muss. Truck-Truck? Dass der in einem Truck-Truck ist. Truck-Truck. 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 Quack-Quack. Quack-Quack. Nicht Quack-Quack. 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 Die End ist weg. Oh, die Strecke ist aber lang, oder? Pfff. Ich weiß, was noch lang ist. Die wird aber hart. Warte, du hast gesagt, du willst den Aufnahmen nicht mal deinen Freund legen. Ich hab keinen Bock mehr! Halt die Schnauze einfach! Leg mich! Halt die Schnauze nicht! Hab ich jetzt grad das? Da hab ich mir auf das Spiel verloren! Nein! Ich hab Backface und gleich zwar die Enter gedrückt! Leg da ein Rage-Quick-Hin. Das ist das letzte Rennen, was wir fahren, ne? Äh, vielleicht. Man weiß es nicht. Ja oder nein, weil dann beende ich jetzt meine Aufnahme. Ja, du kannst deine Aufnahme beenden. Du kannst deine Aufnahme beenden. Wir machen morgen. Gut gemacht. Wir haben die Kollegen. Haben wir in die Mangel genommen. Danke. Liegt nur, dass da noch wieder früh schlatscht. Sehr gut, ey. Links und rechts haben wir hier. Warum bin ich auf einmal so langsam geworden? Weil du gebremst. Hast du dich an mir festgezerrt? Am Trikot gezogen. Dafür nehme ich jetzt deinen Windschatten. Nee. Dann nehme ich deinen Windschatten, ey. Dann fahr ich einfach links. Ja, mach ich auch. Oh, du sagst das! Ich bin total deutsch. Ja, wir sind alle da runtergeflogen. Jetzt wird Nils erster. Nee, er ist auch da runtergeflogen. Weil ich als letzter runtergeflogen bin, Oh, der Stein! Jetzt hat Nils mich. Auto! Was machen denn die Autos hier? Oh nein, Nils hat mich überholt. Was? Ich ramm ihn wieder, wenn er kommt. Ja, ich bin hinter dir. Könnt ihr ihn wieder ins Sandwich nehmen? Ey, das ist jetzt zu entzerrt. Ich muss darum mich ganz alleine ins Sandwich nehmen. Das schafft er nicht. Kein Wheelie hier! Oh, da geht's nach rechts! Bobos, ey. Bobos, von oben. Oh, der Grenz kommt auf einmal wieder aus dem Hinterhalt. Oh, er hat wen umgedreht! Oh Gott. Den Nils hole ich mir auch noch. Ey, was hat er denn? Danke. Ich höre hier einen Windschatten. Ich bin genau hinter Nils. Oh, ich bin tot. Doch nicht. Haha, reingelegt. Oh! Oh, den haben wir! Oh! Nein! Nein, Nils hält mich noch! Nils! Oh Gott, ich glaube ich bin vor Nils gewesen, oder? Ja. Das war das Lieblingsrennen von mir. Direkt am Start Nils. Sack, yo! Weckhauen! Hör, die Boy hat einen Ragequid in den Gesicht, ey. Beste Runde ever. Ich bin da, hallo! What? Ach, was ein Rennen. Hat mir da echt viel Spaß gemacht. Ich will die Zeit nochmal informieren. Jetzt haben wir doch nicht genug gewettet, oder? Leck mir der Marsch, ey. Oh, die Scheiße! Ey, wunderbar. Da wettet sich keine Sau, ey. Und Dalu war noch nicht mal eine Sekunde vor. Ja, Riesi, Leute. Ist es jetzt wieder vorbei, oder was? Jupp. Ja, ja. Ja, wir sind ja weniger geworden, morgen dann. Echt? Ja, morgen geht's dann weiter mit EDR. Morgen schon wieder! Ja, natürlich. Jeden Dienst an Mitzbach. Wie ist der Donnerstag? Was denn jetzt Donnerstag? Donnerstag waren letztes Mal nur noch zwei. Da wurde gestrichen. Und da ist Vatertag, Rädi. Da musst du mit deinem Freund... Bis dahin. Leck mich! Vatertag? Wer benutzt denn Vater? Schaut bei EDR vorbei, auch bei Early, gerade in Ragegrid. Ich hoffe, ihr nehmt da noch mit rein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal GTA wieder. Bis dann, ciao! Haut rein! Tschüss! 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 Tschüss!